So, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Tomb Raider The Rise of Tomb Raider und wir befinden uns aktuell im Grab des Propheten und müssen ja irgendwie auf diesen Balken kommen. Und ich sag mal so, ich bin ja ein erfahrener Assassin's Creed Spieler. Eigentlich, aber ich glaube wir müssen hier schnell, nein und ist hier hoch, hier hoch, danke so und es senkt sich ja jetzt ab okay, ich weiß, wie wir da hochkommen das wird jetzt alles ein bisschen lustig werden, aber nun gut hier, okay, geh hier hoch dann genau hier hoch und dann müssen wir hier weiter und dann da hoch dann müssen wir auf den Ball gehen Ich beneide diese Frau wirklich um ihre Muskelkraft gefunden leer, leer ist leer Nein, nein Was hab ich übersehen? Hey, hier unten ist es Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten Nach all dieser Zeit Das Artefakt? Da drin So Gott will Aufmachen Vorsichtig Es könnte äußerst gefährlich sein Wer zur Hölle sind sie? Sie sind doch so clever Ich vermute, das wissen sie schon Trinity Wo ist das Artefakt? Ich hab keine Ahnung, wovon sie spricht Spielen sie keine Spielchen Sie haben uns hierher geführt Hören sie Der Sack war leer, als ich ankam Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt In der Kuhn! So Naja, vielleicht finden wir jetzt noch das Rillig am Anfang Ende Oh Oh Schneller, verdammt schneller! Na mir musst du das nicht sagen Oder dann weinen Oh 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 ein Oh Oh Was ist das? Croft Anwesen, Surrey, England Joana! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin, in einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesch verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Propheten-Artefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesch ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich da hin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch. Wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich hab zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesch. Er hat hier für alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal fünf Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah? Oh, das stimmt. Jara! Ach, du Scheiße! Stopp! Buch fallen lassen! Sie halten uns nicht auf! Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich hab sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Nord-O-Sibirien, Gegenwart. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Jonah, wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Du musst es erst mal aufwärmen. Und heilen. Ich muss Schutz suchen. Die Frau bringt echt nichts um. Ich muss mich bewegen. Ja. Ich weiß, das ist sehr schwer, weil alles wehtut. Komm schon. Du schaffst es. Mach schon. Und das Gefühl hast, dass du immer langsamer wirst. Das ist immer zu einem Verfeuer und einen Unterstück. Ich muss mich nicht mehr aufwärmen. Das könnte gehen. Hm. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Oh Gott. Ja. Lichtungsmittel. Angebeten sind, falls ich hier um den Pflanzen fiss. Fleisch. Aber vielleicht irgendwas nützliches. Oh, doch, E. E zum Halten, genau. Oh, fuck. Wollen wir wirklich hier für die Nacht bleiben, wenn es hier Wölfe gibt? Du schaffst es, Lara. Ich glaube an dich. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut Ihnen. Trinity. Ich mache einen stärkeren Bogen. Basislage. Ach du heilige, neues Outfit war super. Ich wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Alternative Outfits. Ändern Sie Leavers Kleidung, damit sie besser für Abenteuer gerüstet ist. Mehrere Outfits sind verfügbar und werden beim Fortschreiten im Spiel und durch Abschließen bestimmter Mission freigeschaltet. Manche Outfits verleihen beim Tragen Gameplay Vorteile. Wechseln Sie Outfits im Basislagern, indem Sie im Waffenmenü auf die Kleidungskategorie zugreifen. Um Gottes Willen. Ja, Schaden. Ah, okay. Ich klicke einfach drauf. Kletteraxt. Okay, muss ich vielleicht... Im Waffenmenü können Sie zwischen verschiedenen Waffen derselben Typs wechseln. Jeder Waffe verfügt über eine einzigartige Statistik und abgehetzt, die für ein individuelles Kampfgefühl sorgen. Walfa-Raubtier. Was haben wir hier? Oh, Sibirischer Waldhüter. Erhöht die Tragenkapazität für jegliche Spezialmonie. Durch griechisches Feuer. Was ist denn griechisches Feuer? Das Abfall vom Fein reduziert ab und an nicht die Mengen der verfügbaren Munition. Das Abfall vom Fein reduziert ab und an nicht die Mengen der verfügbaren Munition. Das Abfall vom Fein reduziert die Versickung, bevor sich heute gesünder noch Schäden mir regeneriert. Das Abfall vom Fein reduziert ab und an nicht die Mengen der verfügbaren Munitionen. Okay, die Menge. Ich würde einfach das nehmen. Dann wäre ich für das. Jeglicher Schaden durch Raubtier wird gesenkt und sieht gut aus. Oh, nutzen sie schnell. Reist also mal Kunden, reist besore Gebiete und zum Samen versteckter Belohnungen. Warte mal. Also kann ich nicht mal Syrien mir nochmal anschauen. Kämpfer, Jäger, genauen Heilungsfähigkeit, Fertigungserkundungsfähigkeit. Das haben wir hier. Schnellere Herstellung verworfen wir uns schon im Lauf. Schellen sie aus Roten Benzin, keine Bombenmaus, wenn ich den fungerigen Ernährungsminen her. Afrika Lerner. Ich bin erstmal für das. Da können wir leichter hochleveln. Momentan. Okay, wir haben nichts. Das ist schon mal schön, dass wir nichts haben. Ausrüstung haben wir auch nichts. Das ist auch sehr toll. Okay, es wird auf jeden Fall sehr spaßig werden, dieses Spiel. Blutsbande freigeschaltet. Die Inhaltsum herunterladen Blutsbande wurden freigeschaltet und können jetzt überhaupt nicht geöffnet werden. Okay. 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 Okay, wir müssen jetzt den Wald erkunden. Erlegen Sie sich um Ressource Herstellung. Und Ausrüstung. Pfeile verschießen, rücken Sie beim Ziehen. Um den Schuss zu sich aufzuladen. Okay. Ich würde das erstmal alles mitnehmen. Ah, Hartor. Jetzt können Sie Lager Waffen, aber besser ein Pfeil herstellen. Okay. Aber hier? Okay. Fuck. Das war jetzt dumm. Ja. Kann ich mich auch hin? Ach, das ist abrollen. Aber crouchen kann ich jetzt nicht. Sag mal, kann ich? Ja, ich kann auch auf Bäume klettern. Oh, das kann ich bergen. Okay. Das kann ich einsammeln. Ja, wir fehlen, dann können sie Waffen, was ein Unfall ist. Oh, fuck. Fuck. Jetzt. Hat das eine Geburt. Oh. Oh. Ja. Warum ist es rot? Auf Bäume klettern? Warte mal. Da war er. Kann ich die Pali wieder mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Okay. Kann ich auch was bergen? Eifriger Lerner. Ja. Eine Krone. Oh. Von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Und das Rudelversteckung von Mason herauszufinden. Okay. Ihr Besitze hat sie bei seinem Tod getragen. Aha. War das das jetzt schon? Ja, okay. Okay. Mal, können wir hier hochflettern? Aha. Anscheinend kann ich hier auf die Bäume hochklettern. Nee. Ich will diese Federn haben. Na gut, dann halt nicht. Ich will das nicht. Ha! Achso. Oh Gott. Ich bin noch ein kleines bisschen ungeschickt. Mit der Erscheuerung. Bedingungsversteck. Was? Was haben wir denn jetzt hier? Bedingungsversteck. Bei Grabe-Bedingungsverstecker hätten eine Auswahl an Ressourcen. Okay. Krass. Das ist ja cool. Warte mal. Sollen wir hier hoch? Und hier hoch? Und was haben wir hier? Yay! Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity Ordens. Ihr Kahn ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. immer auf der Suche nach dem Propheten. Mhm. Unser Massaker an den Ruhs war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesch gefunden. Ich erzähle dem Kahn von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilten. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Mhm. Trinity hatte einen Abgesandten bei den Mongolen. Er führt die Suche nach der verlorenen Stadt an. Ha. Oh, kann jetzt Mongolisch auf Stufe 1 übersetzen. Also lohnt es sich hier immer, sich umzuschauen. Und da haben wir noch was. Zum Interagieren. Haben wir denn über Lebensversteck? Hm. Oh. Wir müssen jetzt eigentlich jetzt rot. Ich glaube, das ist unser Camp. Dann würde ich ja nochmal in die andere Richtung gehen. Hatten wir hier irgendwas? Ich glaube nicht. Haben wir hier irgendwas Neues? Oh, ne? Ein Fähigkeitspunkt. Kämpfer. Ich denke, es ist schon ein Feuer. Es ist jetzt nicht mehr im Ausbrechen. Ich denke, es ist einfach nur ein Rücken. Hm. Kannst du gucken, was ist mit Tieren? Ein Jäger. Okay. Überlebender. Das haben wir. Ja, wir werden auch irgendwann die anderen Sachen uns noch anschauen. Aber ich denke mal, es ist, sag ich mal, relativ wichtig, dass wir jetzt mehr EP bekommen, beziehungsweise auch die ganze Überlebenssachen jetzt zu finden. Weil wir bekommen dadurch ja auch EP. Achso. Ja. Würde ich es einfach mal behaupten. Das kann ja halt alles nicht schaden, ne? Wir bleiben hier oben. Kommen wir hier hoch? Bitte ja. Ja, Tatsache. Gehen trotzdem mal kurz ganz hoch. Okay, wir haben hier nichts weiter, ne? Okay. Warte, ich dachte, ich könnte vielleicht hier hochklettern. Na komm, ein bisschen schneller geht's schon. Lera. Also, wenn ich hier hochkomme. Da könnte nämlich auch irgendwas sein. Oder sieht sie vielleicht nur so aus? Das könnten wir dorthin. Guck mal, dann... ... haben wir auch noch was. Dass ich kein Messer hab? Karte. Seilpfeiler, okay. Aber wird mir das jetzt angezeigt? Ja. Was haben wir hier? Überlebensversteck. Okay. Oh. Gucken wir hier mal auch noch was. Nehmen wir alles mit, was geht. Geheimnis entdeckt. Folter Taschen hören die Portion von versteckten Ressourcen und hören entgegen den Thron. Das ist ja cool. Da haben wir jetzt hier was. Oh. Oh. Ich hab keine Pfeile mehr, deswegen... Achso, halten Sie die linke Maus, du hast gedrückt. Das einsammeln? Was? So, das müsste ich einsammeln. Ah, okay. Okay. So, wir gucken uns aber trotzdem erstmal kurz die Höhle an. Da. Beziehungsweise würde ich sagen, werden wir diese Höhle in der nächsten Folge erkunden. Ich werde jetzt erstmal hier speichern. Wie viel Prozent haben wir jetzt schon? Wir haben schon sieben Prozent. Wir nähern uns dem Ende. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich irgendwie trotzdem noch Syrien nochmal machen kann, ohne jetzt das Spiel neu beginnen zu können. Und dann, ja, würde ich sagen, machen wir, wenn wir das Spiel durch haben, die Bootsbande. Ich weiß, ich rede jetzt schon in die Zukunft. Ich weiß nicht, wie viele Folgen in diesem Display entstehen werden. Aber ich denke mal, es werden, denke ich mal, so 60, 70, 80 Folgen eventuell werden. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier mich noch schön hochleveln kann, beziehungsweise ausrüsten kann, dann haben wir hier noch die ganzen Höhlen, die wir erkunden können. Also ich bin wirklich gespannt, wohin die Reise uns hier führen wird. Und ich hoffe, dass ihr mich auf diese Reise, das klingt ja poetisch, begleiten werdet. Und hoffe natürlich, dass euch die heutige Folge gefallen hat.